Und da sind wir nach langer Zeit wieder. Beide Mission rund um... Ja. Rund um das Mäder. Ich hab den Anfang. Und wir müssen wieder hier anfangen, weil wir, glaube ich, doofen sind. Das ist lange her. Und? Das ist wie ein Traum. Dann bleib einfach dich bei mir dann. Danke. Ja. Ganz genau. Wenn wir das Lager finden. Also los. Was soll ich sagen? Der Field ist immer noch. Kein Wohlfühlspiel für mich. Also ich spiele momentan eine ganze Menge Spiele. Zwei davon live im Stream. Das ist zu dem Zeitpunkt, wenn ich das hier aufnehme, ist das True Fear. Und Final Fantasy X. Beide Spiele, wo ich erstens mal Hilfe hab im Livestream. Und zweitens, die mir auch ziemlich gut liegen. Also auch Final Fantasy X, auch wenn das mein erstes Final Fantasy ist, komm ich absolut gut mit. Und klar, hab aber auch den Revenger, der mir hilft. So. Dann. Nein, was ist das denn? Wie geht das? War's nicht mehr? Nein, das war's nicht. Wie? Ich hab alles vergessen. Ich hab alles vergessen. Ich muss mich ganz kurz mal orientieren. Bin ich grad doof? F. F. Bin ich doch kurz drückt. A. Gut, dass wir. So, äh, ja, genau. Dann hab ich meine beiden Wohlfühlspiele. Das ist No Man's Sky. Warum Wohlfühlspiel? Ich, ähm, kann... Wie soll ich sagen? Ich kann da reingehen. Ich weiß immer genau, was das Spiel von mir will. Ich hab da auch schon sehr viel aus- und aufgebaut. Ich mein, Elder Scrolls Online, äh, kommt jetzt in die tausendste Folge. Und No Man's Sky spiele ich auch privat in einem eigenen Spielstand sehr, sehr viel. Da bin ich genau drin. So, jetzt hab ich hier auch noch Hilfe. Das muss ich euch ganz kurz mal zeigen. Das hier. Das wollte ich nicht. Das hier. Ist jetzt mein Blick auf den Spielmonitor. Na? So. Also, legst du dich hin oder gehst du da weg? Ich muss ja da was tun, ne? Hallo? Hallo? Ja, legst du dich hin. Hier. So, wir gehen einfach mal dahin. Genau. Ich weiß, da kommen jetzt ein paar ungemütliche Kämpfe. Was ja auch bedeutet, dass wir gleich mal... ... ... ... ... ... ... ... Das jetzt nicht mehr brauchen. Dann genau jetzt erst mal. Dann will der Sarah sprechen auch noch mal. Hier ist es. Hier habe ich fast ein Jahr lang darauf gewartet, dass mich jemand rettet. Nicht gerade Paradiso, oder? Mhm. Schön wär's. Es war so unbequem, dass ich mich über einen Strohhaufen gefreut hätte. Schau dir das mal an. Rostet hier seit fast zehn Jahren vor sich hin. Ich glaube, wir brauchen eine Notenergiezelle, um den Schiffskomputer wieder hochzufahren. Mhm. Nein, leider nicht. Sie wurde entworfen, um Einzelsysteme zu versorgen. Und selbst wenn. Mein altes Shuttle wäre sowieso viel zu beschädigt. Ja. Klar, wir haben jede Menge Energiezellen an Bord. Aber keine vom UC-Militärstandard. Natürlich. Die würden nicht passen. Wir müssen wohl ein bisschen wühlen gehen. Machen wir. Ja, mit viel Glück. Als ich hier gestrandet bin, habe ich eine Notrufbarke mit Notenergiezellen angetrieben. Die Barke war da oben auf dem Plateau. Wir müssen wohl ein bisschen... Ja, das war... Wir speichern... Nochmal. Ich mach mal hier noch ein bisschen Platz. So. Wir müssen jetzt irgendwie da wo. Und wir müssen einfach... Warten, hier kommen wir. Was war denn das mit dem... Muss schon wieder gucken. Das ist unfassbar. Gibt's das Jetpack? Gibt's das Jetpack? Wie war das mit dem Jetpack? Ich hab das Jetpack, glaube ich, noch nie verwendet. Was geht hier gar nicht? Dann lass mal schauen. Wir müssen da hin. Komm, da hin. Haben wir das schon mal geschafft. Wir werden jetzt öfter zwischenspeichern. Weil, die da... Ah, ich weiß wo. Das ist es. Kann ich nicht aufpassen? Aha. Da kommen wir ja irgendwie... Wo... Wo die... E-Opten. Damit lege ich... Wichtig. Oh, ja. Ist da hoch? Nein. Das ist zwar ein Bethesda-Game. Aber nicht bei jedem Bethesda-Game kann man sich hochpacken. Aber das müssen wir anscheinend auch nicht. Wir können das auch mit Wegfindung machen. So. Hier dann jetzt mal... Und speichern. Weil es ist eine Todesfalle. Oh, ja. Vor allen Dingen, wenn meine Katze meint, sie müsste mit ihren Hinterpfoten mein Mauskabel... Oh Gott, hilf. So, ich fahre immer noch bei meinen Wohlfühl-Spielen. Genau. Elder Scrolls Online. Und... Ähm... Und... Und No Man's Sky. Weil da macht mir mir etwas vor. Das funktioniert. So, und da sind die Drecksfücher. Dieses Signal hat mir wohl das Leben gerettet. Wer weiß, wie lange ich hier sonst noch verschollen wäre. Und das ist genau das, was wir jetzt machen müssen. Und es war nichts wie weg. Aber schnell. Oh mein Gott. Ja. Das ist aber einfach der falsche Weg. Die Viecher sind so brutal und haben mich schon mal getötet. Sind die noch hinter mir. Wie heilig. Ich weiß es nicht. Mit X. So, warte. Ich weiß es nicht mehr. Wie heilig. Geht doch. Das war doch. Wie heilig. Wie heilig. Wie heilig. Was? Ich mag das nicht. Wo ist Sarah? Jetzt mal besser nicht speichern. Oder ist da noch einer? Ich will die nicht. Fuck. Ja. Wir sind halt immer schnell. Ab du Arsch. Alter. Ich weiß nicht, was das soll. Kann nicht sein, dass ich dafür jetzt zu schwach bin. Oh, Inventar. Ich weiß nicht. 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 Okay. 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 machen. 36. Aber wir hatten doch da noch mehr. Nix. Nix. Da. Da ist die. So, es sind halt ebenso furchtbar viele. Ja. Oh, der eine ist weggewandt. Jawohl. Der ist tot. Wir können hier jetzt mal ein bisschen noten. Hoffentlich verdirbt es nicht zu schnell. Egal. So. Wir haben jetzt noch so ein Vieh. Oh. Alter, hör mal auf damit. Gar nicht, ne? Die Frage ist, wie mache ich denn diese nicht zu schnell gehen? Hm? Ach. So, ist das jetzt das andere? Gucken wir mal schauen. Wo ist das Drecksvieh? Und wo ist Sarah? Oh. Könntest du mir bitte mal sagen, wo die jetzt ist? Ah, da ist sie. Gut. Wir speichern. So. Schauen wir mal. Wir haben die Zelle. Die sind relativ bei Gesundheit. Und wir mögen diese Viecher überhaupt nicht. Oh. Oh. Wenn das mit dem Jetpack macht, müssen wir echt mal gucken. so, wie viele sind denn davon jetzt da? So, bevor wir dorthin gehen. Feichern. sind mindestens... sind verdammt... nö. Und mindestens... sind verdammt nö. Was ist gegeneinander? Ach so. Ich bin fast am Ende. Willst du mich verarschen? Wow. Noch eins. Lebt es Hera noch? Lebt sie noch? Ja. Willst du uns auch noch einmal? Ah! Verdammt! Alter! War das jetzt alles? Sind die jetzt bitte alle tot? Weißt du, dafür haben wir dieses Drecks Zeugs da aufgebraucht. So. Jetzt noch einer kommt. Ich geh jetzt da rein. Und speichere. Ja, und dann machen wir Taschenlampe. Nein. Danke. Und... Energie zu verfordern. Ich habe dort sehr Dank, haben wir das geschafft. So. Meine Frau tönt gerade. Mhm. Das heißt, ich bin sofort wieder da. Ich muss die Tür zu machen. So. Die Geschichte habe ich immer noch nicht weitererzählt. Und die... Mhm. Ja, 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 ja. Weiß ich. So, dann hier. Ja, ja. Und dann... Wenn ich das wiederhole auch noch probiere... Ja...